Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Erlebt! Gute Nachrichten in herausfordernden Zeiten. Mein Name ist Britta Kosmisdorf und ich bin Pastorin der Braunschweiger Friedenskirche. Ich möchte euch gerne ein paar Verse lesen, die Paulus an die Christin in Thessalonich geschrieben hatte. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt zurzeit vor allen Dingen ein Satz ganz besonders auf, nämlich, dass Paulus auffordert, dankt Gott in jeder Lage. Das ist ganz schön steil, seine Forderung. Ich kenne Menschen, bei denen gilt eher das Motto, nicht gemeckert ist genug gedankt. Ich möchte euch die Geschichte eines Theologen aus dem 14. Jahrhundert erzählen. John Tauler hieß dieser Theologe und er war auf der Suche nach Perfektion. Er wollte es ganz richtig machen in seiner Beziehung zu Gott und in seinem Leben. Dann saß er eines Tages in einer Kirche und betete. Und während er betete, war ihm so, als wenn ihm eine Stimme sagt, geh nach draußen und dort findest du deinen Lehrer. Und er machte das dann auch. Er ging raus und vor der Tür saß ein Bettler. Den hat er begrüßt. Der sagte, möge Gott dir einen guten Tag und ein glückliches Leben schenken. Der Bettler sagte ihm daraufhin, ich hatte noch nie einen traurigen Tag. Das überraschte und erstaunte Tauler und er fragte, wie kann das sein? Der Bettler antwortete, ich danke Gott jeden Tag, egal ob ich satt bin oder nicht, egal ob ich guten Menschen begegne oder schlechten. Ich vertraue, dass Gott es immer gut mit mir meint. Ein glückliches Leben wünschten sie mir. Ich bestehre darauf, dass ich immer glücklich bin. Meine Erfahrung zeigte mir, dass alles, was Gott in meinem Leben tut, gut ist. Alles, was ich empfange, empfange ich aus seiner gebenden und liebenden Hand, sei es gut oder schlecht. Ich habe erkannt, dass der Wille Gottes für mein Leben seine Liebe ist. Ich will das, was er für mich will. Und darum bin ich immer glücklich. Dieser Mann hat viel verstanden, unabhängig von den äußeren Umständen seines Lebens. Und er sagt, ich danke Gott jeden Tag, egal was geschieht. Aber letzten Endes, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, es ist doch viel verlangt, Gott in jeder Lage zu danken, oder? Wie kann man dankbar sein für eine Krankheit? Wie kann man dankbar sein, wenn man einen Menschen verliert, den man lieb hat? Wie kann man in Zeiten von Corona dankbar sein? Um das besser zu verstehen, was Paulus hier schreibt, ist es wichtig, auch genau zu lesen. Er schreibt nicht, dank Gott für alles. Er schreibt, dank Gott in jeder Lage, oder anders übersetzt, in allem dankbar sein. In allem, in jeder Situation des Lebens noch etwas finden, wofür man dankbar ist. Vielleicht auch dann, wenn der Tag nicht besonders gut war. In der Bibel ist ziemlich oft vom Dank die Rede. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das zu zählen, aber es gibt viele, viele Stellen, die sich um das Danken drehen. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil Gott weiß, wie Dankbarkeit einen Menschen verändern kann. Dankbarkeit macht etwas mit einem Menschen, nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. 2003 wurde eine Studie zum Thema Dankbarkeit durchgeführt. Und da gab es eine Versuchsgruppe von zehn Personen, und die haben mehrere Wochen lang ein Dankbarkeitstagebuch geführt. Im Gegensatz zu den anderen Gruppen, die das nicht taten, war diese Versuchsgruppe nach der Zeit, in der sie dieses Tagebuch geführt haben, messbar optimistischer. Sie fühlten sich körperlich fitter. Sie haben mehr Lebensfreude empfunden. Und auch so Sachen wie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, Muskelverspannungen waren weniger geworden. Sie haben besser geschlafen, sie haben länger geschlafen. Und die Forscher haben auch herausgefunden, dass Dankbarkeit unter den positiven Emotionen besonders viel Wohlbefinden bewirkt. Und das tut die Dankbarkeit, weil sie eine soziale Komponente hat. Sie hat ein Gegenüber, auf das sie sich bezieht. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Und im Umkehrschluss, würde ich meinen, heißt das, Undankbarkeit verschließt den Weg zu Gott. Dankbarkeit ist auch der Ausdruck meines Vertrauens Gott gegenüber. Wenn ich danke, dann sage ich ihm, ich weiß, dass du immer noch gut bist zu mir. Ich weiß das, auch wenn die Umstände mir etwas anderes sagen wollen. Und ich glaube, dass jeder von uns an jedem Tag seines Lebens Grund finden kann, Gott zu danken. Wenn ich auf diesen Tag zurückblicke, dann gibt es so viele Dinge, für die ich dankbar bin. Aber ich muss erst mal sie mir in Erinnerung rufen. Ich muss mir den Tag in Erinnerung rufen, um zu sehen, hey, da waren heute wirklich richtig viele gute Sachen. Die Sonne hat geschienen. Ich habe einen wunderbaren Ehemann zu Hause. Ich habe ein, überhaupt ein schönes Zuhause. Ich bin versorgt mit Essen, mit Kleidung. Da ist so vieles, wofür ich Gott am Ende eines Tages Danke sagen kann. Und dann verändert das Danken auch meine Blickrichtung. Ich schaue weg von dem, was an diesem Tag nicht so gut war, was mir Kummer bereitet hat. Ich schaue hin zu dem, was gut ist und wo ich sehe, dass Gott mich versorgt und dass er für mich da ist. Eine Freundin von mir hat mir vor einer Weile erzählt, dass sie ein solches Dankbarkeitstagebuch eine ganze Weile geführt hat. Sie hat jeden Abend ein paar Sachen aufgeschrieben, für die sie dankbar ist. Auch dann, wenn einer ihrer Tage mal so richtig mies war. Und dann ist es interessant, dass sie erzählt, ich habe nach einer Weile festgestellt, dass sich etwas in meinem Denken und in meiner Beziehung zu Gott zum Positiven verändert hat. Und deswegen mein Tipp zum Schluss für dich, fang ein solches Dankbarkeitstagebuch an. Da reicht ein kleines Heft oder ein Notizbuch und ein Stift und abends setzt du dich hin und nimmst dir einen Moment Zeit, um zu überlegen, was war heute gut? Wofür kann ich Gott Danke sagen und dann schreibst du ein paar Sachen auf. Und ich bin gespannt, was du in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten erzählen wirst. Wie sehr dich die Dankbarkeit verändert hat, was sie in deiner Beziehung zu Gott gemacht hat. So wünsche ich dir, dass Gott dich segnet und einen schönen Abend dir noch. Tschüss.